Ich habe ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Das Spiel wäre so gut. Freys erwachen. Frey hat den Segen der vier Tantas empfangen und damit ihre eigene wahre Macht, die ihre innere Tante erweckt. Viele ihrer Fähigkeiten wurden dadurch wesentlich verbessert. Das ist mir an sich eigentlich relativ Latte. Weil... Ach, ich kann mich jetzt teleportieren. Das ist gut. Die Fähigkeit Teleportation. Vielleicht kann nun Portale öffnen, durch die sie von einem Ort zum anderen begeben kann, während sie sich auf diese Weise fortbewegt. Ist immun gegen jeglichen Schaden. Nutze L und R3, um diese Fähigkeit einzusetzen. Aua. Wo kommt ihr denn her? Entschuldigung, meine Nase läuft. Wo ist denn der Pfosten jetzt? Aua, hallo, hallo, hallo. Er nervt sich kämpft, hätte ich jetzt so gar keinen Bock. Darf ich dich angreifen? Du bist nicht sonderlich nett zu deinem Tierchen. Weißt du das? Hast du eine Ahnung, wie sich die fühlen? Hey, der schickt mir wieder scheiß Vögel vorbei. Gar keinen Bock drauf. Ach ich Gott, in echt? Darf ich dir meine Freunde vorsprechen? Wenn wir nur einmal treffen? Entschuldigung, meine Nase. Vor allem, die sind eigentlich immer voll hübsch. Ich weiß, dass du die Bau ziehst. Geh dich weg. Werde eins mit dem Nisch. Uh. Uh. Das hat ja gut funktioniert. Das mit dem Teleportieren. Kann ich den irgendwo angreifen? Ich bin mir unsicher. Ich kann den echt immer nur einmal treffen. Okay, warte mal kurz. Ich kann davon nur einen. Okay. Egal. Aua, 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 aua. Habe ich jetzt einen abgeschossen? Uah. Uah. Wo bin ich hier wieder raus? Du wirst vernichtet werden. Meine Geduld geht's von einem. Schreie mich ab. Das beschleunigt dein Ende nur. Äh. Lage? Wo bist denn du? Hallo? 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 Ah. Ja, wo bist denn du? Hallo? Du, ich würde gern gegen dich kämpfen. Aber du bist irgendwie fußt. Hallo? Ja? Weiß ich nicht, aber du bist halt auch nicht da. Hi? Hallo? Ich würde gern gegen dich kämpfen. Das ist schön, dass ich ständig die Kampfrasen aufsage, aber er ist nicht da. Hallo? Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Ich bin echt aufgehängt. Ja. Ja. Wir fangen nochmal von vorne an, okay? Kann ja aber auch kurz schnützen. So, jetzt müsst ihr leider Stille ertragen. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss aber sagen, es ist ein sehr stabiles Archiv, so heißt dieses Gebäude, wo sie alle drin sitzen Okay, wir versuchen es jetzt noch In der Hoffnung, dass es Jetzt funktioniert Können wir das nicht skippen oder so? Doch, können wir Doch nein, wir müssen auch das mit den Vögeln nochmal machen Ach nee Okay Na gut Ja, kriegen wir hin Ja, ja, ja Ah, Vögel, 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 Tod Vögel, Vögel, Vögel Vögel, Tod, Vögel Noch mehr Vögel Da nochmal drei, da nochmal drei. Jetzt hat die Anna keinen Atem mehr. Ja, fliegt in meinen Feuerstrahl. Das ist gar kein Team. Oh, hoppala. Die hätte ich ja jetzt fast übersehen. Ja. Das würde man aber wenigstens alle auf einmal schicken würde. Das würde es deutlich einfacher machen. Aua. Da. Daher kennen die Vögel auch immer voll spät. Ah, lassen wir da runter. Ne, 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 du. Das ist aber echt super praktisch, wenn die einfach ins Feuer fliegen. Das sind jetzt die letzten, ne? Aua, 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 aua. Ja, wenn ich es treffen würde, ne? Nein, 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 nein. Ich will die mal noch ein bisschen. Ich habe richtig Bock auf Chicken Wings. Boah, Alter, dieser Ton, ey. Ja, wir haben nach dem Spiel das dann Tinnitus. Wenn dieser eine gemeine Ton da dabei ist. Ja, mach hin. Sorry, ich werde ungeduldig. Aber sie ist wirklich ein Hübschi. Kann man nichts dagegen sagen. Die Welt ist und bleibt hier außer. Ich. Ja, Alter. Ja, Alter. Ich glaube, dass ich jetzt diese Szene wieder weg skippe. Nee, das hängt sich jetzt dann wieder auf. Dann kriege ich die Krise. Nuch. Haare. Hallo. Hallo. Dein Letztes Mal noch knuddeln. Ich bin es immer noch so schön, wenn sie mittendrin einfach steht. Ach, und dann gibt es halt aufs Maul. Da, fett. Ich liebe Frey. Ich liebe es, dass sie dieses mittelalterliche Setting haben. Und dann ihre New Yorker Sprache. Ja, ja. Ist okay. Ja, ist okay. Ja, 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 ja. Na ja. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, was will ich? Zack. So, die nächsten kommen dahinter. Wo kommen die nächsten? Hua, bei mir. So, wo kommst du jetzt? Ja, oben. Aua. Habe ich ihn jetzt getroffen? Ja, ne? Huch. Da einer. Wuhu. Ich bin ein bisschen nachlässig geworden mit meinem Gegnerangreifen. Aua. 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 Aua, 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 aua. Er müsste jetzt da hinten kommen, jawohl. Ich finde mich eigentlich gar nicht so stark höpfig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde ihn eher ein bisschen stark höpfig. Aber das darfst du ihm natürlich auch nicht mehr erzählen, ne? Aber dann wird er krankig. Er springt da wieder irgendwas in die Luft. Ich finde es übrigens nicht nett, dass er die Leute immer direkt bei mir spawnen lässt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, scheiße. Aber ich habe ihn in meinem Eimer getroffen. Das hatten wir auch noch, ne? Jetzt ist es dann, glaube ich. Ich sage jetzt nicht, dass er sich schon wieder aufklingt. Warum hängt es sich denn jedes Mal hier auf? Das ist doch scheiße. Hallo? Wenn dir kommt es nicht, weil ich gar nicht mehr spielen kann. Das Game ist broken. Das nervt mich. Warum denn? Wir sind doch fast am Ende. Okay, ich mache hier mal kurz Stopp. Und versuche das zu fixen. Und dann geht es hoffentlich bald weiter. Hi, wir kommen zurück. Wir triggern neue Sachen. Deswegen habe ich jetzt die... Deswegen habe ich jetzt die... Aufnahme wieder gestartet, meine Fresse. Lass mich nochmal ausbrechen, hier. Die Fiks. Darf ich dir meine Freunde vorstellen? So. Alter, jetzt ist doch auch so weit. Oh, hallo. Guten Tag, guten Tag. Guten Rutsch. Und der Happy New Year. Mehr Rechrissbiss auch noch. Da ist noch einer. Wir triggern gerade neue Sachen. So, jetzt kommt wieder der Scheiß. Das ist nicht das Ende. Huhuhu. Haha. Jawoll. Es ist noch nicht vorbei. Ja, nein, vielleicht. Ja, schon. Huhuhu. Ja, an seinen Tentakeln da unten. Sofort stehen bleiben. Warum? Warum sollte ich stehen bleiben, ha? Kommt jetzt wieder deine Freunde? Nein, kommen sie nicht. Aua. Au, 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 au. Hui. Wo ist er denn jetzt? Hallo. Hallo. Okay. Für alle, die Forspoken mit Blitz spielen, Easy Kill flirrt den Bosskampf ein. Ich finde, ich bin gerade ganz gut da drin. Oh. Ah, ist so scheiße. Dass ich da oben nicht treffe, nichts. Ich hätte mich vielleicht... Oh. Warum kann ich denn da jetzt hoch? Frag für den Freund. Oh, guten Tag. Oh, das ist ungünstig. Oh. Au, wa. Au, 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 au. Ach, dafür ist er anfällig. Aha. Das war früher gesagt, ne? Aktuell schaffst du das nicht, sondern nicht gut. Ah, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich geh das doch auf. Achso, der treffe ich auch nicht. Sag mal, wird dem da oben Leben überhaupt abgezogen? Das sieht nämlich nicht so aus. Das ist weg jetzt nicht, wir sind zu einem Endlos. Jetzt ist er weg. Was soll ich? Was ist er denn jetzt? Ah ja, guck mal. Oh, scheiße. Ja, das war gerade wirklich nicht so gut. Aber was soll ich denn auch machen, wenn du da oben hängst? Was er wieder frückt, weißt du? Nee, da oben wird nichts mehr abgezogen und ich weiß nicht warum. Warte mal. Vielleicht sind wir... Vielleicht sind wir... Ich habe keine Ahnung, warum wir... Versuche ich gerade, ehrlich gesagt. Okay, warte mal. Ich habe keine Ahnung, warum... Ich glaube, ich ziehe ihm was ab. Ein ganz kleines bisschen. Habe ich ihm gerade wieder abgezogen. Ja, holy shit, ist da oder ewig? Ich bin gerade... Ich bin gerade verwirrt. Ja, ich glaube, ich muss wirklich hoch und ihn da mit dem Schwert angreifen. Kann ich jetzt... Ich kann ihn aber nach dem Koraner nicht angreifen. Das ist ja super... Lästig. Oh, du blitzerst ein bisschen. So, jetzt kommt er wieder da oben hin, ne? Deswegen steht er auch. Was ist er da oben? Musst du mich veräppeln? Hi, Bro. Jetzt habe ich ihn aber direkt getroffen. Es ändert sich trotzdem nichts. Wie kann denn ein Endkampf so verpackt sein? Bei allen Anschein nach treffe ich ihn ja. 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 Ich bin verwirrt. Hi. Ich lasse mich mal kurz töten. Das ist ja Quatsch. Kommt er nochmal unten hin? Ich will es halt, dass ich mich die ganze Zeit selber heile. Das heißt, jetzt habe ich mich schon gefreut, dass es weitergeht. Aber irgendwie... Shit, shit, nein! Ich glaube, wenn wir sterben müssen, müssen wir nur den Kampf nochmal neu starten. Wehe, ich starte jetzt wieder in der Bibliothek. Dann kriege ich die Krise. Wie scheiße will denn ein Endboss-Kampf sein? Ja. Ich da nähe. Ach, doch. Ich probiere das mal. Vielleicht darf ich einfach die AI... Ja! Ach, Entschuldigung, ich muss in das Spiel reintappen. Okay. Ja, 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 ja. Ich weiß, dass ich das gekriegt habe. Das ist fantastisch, aber es... Du bist ein Mensch. Du hast deine Mutter sterben. Sehen, ob es was mit gegen mich netzten. Ich war... Uah! Wo willst du hin? Ne, ne, ne. Das ist mir wohl bald. Ja, guck mal. Das kennen wir ja schon. Wah, wah, wah. Habe ich jetzt eigentlich mit und bin angefangen? Scheint fast so, ne? Ich habe nicht von Anfang an angefangen. Ich habe nicht von Anfang an angefangen. Hau! Die sind schnell. Jetzt geh ich. Warum hab ich eigentlich... Ich schon wieder. Bist du mich dadurch, danke, dass du auch Vögel nach mir zu schicken. Hallo. Aua! Aua! Okay, kommst du wieder? Ja, das ist aber nicht von dir. Aua, aua, aua. Ich hatte... Nee, ist es nicht. Ui! Ui! Aktuell ist es mir relativ Latte da oben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Echt jetzt? Oh ne, jetzt falle ich ja hier runter! Was ist das denn mit dir? Da, Wasser. Na guck mal, jetzt war ich jetzt wirklich viel Schaden. Na uff. So weit war ich doch nie. Na also, steh auf, du bist gerastet. Uah!